So, weiter geht's. Also unser Hauptproblem ist jetzt, dass wir keine Lampe haben. Gehen wir nochmal runter, vielleicht ist hier irgendwo eine Lampe liegen geblieben. Kann ich die da hinten auch gleich alle platt machen? So. Au, vielleicht auch noch was. Immer alles schön mitnehmen. Die sich hier schlafen. Und jetzt müssen wir nur noch Davy seinen Schlüssel klauen. Dem Filmhals. Der Filmhals. Der Filmhals. Der Filmhals. Die Flügel. Die Flügel. Ich habe am Anfang nicht so viel Zeit verloren, da wäre ich jetzt schon bestimmt durch mit der Kohle. Oh, wieso bleiben die Finger jetzt hier liegen? Na gut, ich gehe jetzt wieder zurück. Ich glaube ich brauche beide. Ja. Das heißt, ich komme auf die andere Seite. Ich habe auch den zweiten. Ich glaube ganz, wir haben es diesmal nicht geschafft. Achso ja, ich muss ja dieses komische Musiknicks mitnehmen. Schon wird die Sache nicht mehr ganz so einfach. Okay, wo geht es noch nicht? Was ist das, wenn ich jetzt hier nochmal aufdrehe? Wenn ich nochmal aufdrehe? Das scheint irgendwie immer zufällig zu sein. Oh. Ich mache ein kleiner Erfolg. Das ist noch am Schaden. Und zwar jetzt ein bisschen, ich sag mal, zu cheesy, aber... ... 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 Aber gut, was gesammelt haben wir. So, den Anfang vom nächsten Level schaffen wir jetzt auch noch. So, den Anfang vom nächsten Mal. 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 Das war's für heute.